Hallo und herzlich willkommen zum Endsport auf Episode 4. Life is Strange an all die Zeppelinge da draußen und es geht direkt in die Disco. Nein, Schwimmbad. Und jetzt heißt es hier rausfinden, wo Mason ist. Und es lang hat ihn ja noch keiner gesehen. Hallo, Brooke. Max, ich habe nicht erwartet, dass du dich an eine Vortex Club Party hast. Ich habe nicht erwartet, aber ich muss wirklich nachzudenken. Hast du... Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich bin nicht für ihn, also ich wahrscheinlich nicht will, heute. Ich habe einfach das Spruch und das Club. No, Mason, du bist nicht die einzige. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht wird diese Party die Ende des Vortex Club sein. Dann muss ich nicht mehr so sagen, dass ich mich mehr interessiert habe. Hast du gesehen Warren heute Nacht? Warum? Du bist derjenige mit ihm. Brooke, genug. Ich bin sorry, dass Warren mich gefragt hat, die Filme. Aber du musst mir nicht eine Art. Ich würde mich vorstellen, dass ich dein Freund bin. Ich weiß. Ich bin sehr süßig, wenn die Dinge nicht gehen. Ich bin selbstig, während du auf eine Rüfte gehen kannst, um zu retten zu retten. Du bist nicht selbstig, Brooke. Du bist nur versucht, zu leben, ohne all diese Scheiße. Wie alle hier sind. Du bist so wunderschön und ein bisschen invincible. Ich denke, dass die Schnee und Eclipse dir die Superpowers gab. Checkt dich, ob du kann fliehen. Ich glaube nicht, dass die Superpowers haben würde mein Leben leichter machen. Mit großem Power kommt großartig. Ich weiß nicht. Es wäre schon ziemlich kick-ass, die Super-Villäne gegen die Arcadia-Bay-Bee zu battleen. Aber die Nacht ist noch jung, Brooke. Und so sind wir, Max. Also, wir planen uns nächste Woche eine Drone-Date. Okay, am Ende sind wir noch etwas netter geworden. Am Anfang war die ganz schön, ganz schön biestig. Ganz schön gierstig, ja. Energydrinks, Soura, Energydrinks. Ich weiß, dass jemand die Böse hat. Ich habe mir Geld, um zu sehen, Warren kicken Nikon's Aas. Ich habe nur gedacht, dass jemand jemand mit Gästen... Ah! Ha, ha, ha! Epic fail! Da hinten mit Wendern. VIP only. Yes, you do suck. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Sorry, but I'm on the list. Okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen. No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP Gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Hm. What would a shitty party be without glow sticks? Müssen wir wirklich irgendwie ablenken? Ich glaube, wir müssen einfach hinten rum. Gemisch das Klo, oder? Aber... Gemischtes Klo, oder wie? Besides, Dana is here, she's not with me, so yes, this party sucks. Speaking of, have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore Tex Club. I fucking hate those snobby douchebags, especially Nathan. That dude is gonna go on a rampage soon. You might be right, so stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? Uh, no, I'm cool, Justin, and I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus I'm too loaded. It's time to get my board and grind. Okay, ja, das ist schon ein bisschen viel Intos, aber wir haben erfahren, dass er nach einigen Beleidigungen hat er uns gesagt, dass der Nathan wahrscheinlich in der VIP-Launch ist. Ja. Das, ach, das stimmt, das haben wir ja am Anfang schon mal drin gesehen. Das ist doch dieselbe. Hallo, können Sie bitte hurlen und schwachen bereits? Hey! Gross! Wie ist das denn hier überhaupt gekommen? Good night, sweet prince. Was? Was? Vielleicht hört was über uns. We're coming in, sister. Was ist denn an der Familie ist denn? Somebody is either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. Okay. Chloe must be around. Stimmt, wo ist eigentlich Chloe? Die ist ja vorgerannt. Die muss ja hier auch irgendwo sein. Okay, das bringt uns jetzt nichts. Wir müssen also reinkommen. Kann man nicht einfach um die Ecke schwimmen? Hm. Ich bin so nicht beeindruckt von diesem VIP-Krapp. Aber ich glaube, das bringt uns auch nichts. Vielleicht kommen wir ja da hinten durch. Aber sieht nicht so aus. Oh. Okay, okay. Whoa, whoa, whoa. Who the fuck is going on? Okay, okay, whoa, whoa. Who stopped the music, okay? DJ, what the fuck? Oh, wir sollten sie zurückspulen. Okay. Verstanden. Die Party muss zwar so weitergehen. Aber wir sind jetzt eh durch. So. Das hier ist dann also der VIP-Bereich. Sie sind wieder zusammengekommen. Wer sich nicht mehr daran erinnert, was mit denen war, das war glaube ich letzte Episode, oder? Wo sie sich mit denen Dana gezofft haben. Okay, das ist heiß. Ich bin glücklich, dass Dana mit Trevor endet. Ich liebe, dass Trevor nicht egal ist, wie großartig er in der VIP-Section ist. Ich weiß, Victoria ist nächstes auf Nathans Hitliste. Oh, Victoria. Ja, das wäre wickelt. Äh, hast du was gehört? Ich bin klar. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Logan, kann ich dich für einen Moment sprechen? Max. Okay. Ich spreche nachdem, wenn du das Böden machst. Oh, nein. Hast du gesehen Nathan? Ich kann sogar sogar Victoria oder Taylor zu twerk. Und du willst mit Nathan? Warum? Business. Er sollte mit seinem Vater sprechen. Der Mann hat mehr Geld als Gott. Und er hat es auf dem Vortex Club, nicht die Loser da oben in der Cheapseats. Logan, das ist ein Schwimmungsbüro. In anderen Worten, du hast mich nicht gesehen. Schöne Victoria. Sie weiß immer, wo er ist. Ähm, wollen wir wirklich wissen, worüber er mit uns reden will? Ja. Das war ja so unerwartet, diese Aussage. Na gut. Ja, ich bin einig. Entschuldigung, Max. Nur Vortex Club. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin auf der Gaststätte. Ich steig dich an. Geh dich an. Geh dir dich an, Victoria. Ich habe keine Zeit für dieses Böden. Oh gut, wir wollen eigentlich nur ein bisschen wo Nathan ist. Ich blöde Nathan für Dose und Kate. Aber niemand in dieser Partie even CARED, sie war so wastes. Es ist eine fucking Partie. Jeder ist wastes. Was willst du von mir? Some Humanität, Victoria. Ich bin die einzige Person hier, die interessiert, was Nathan geht. Ich bin nicht die einzige Problem-Childe bei Blackwell. Das ist größer als ein Problem-Childe. Ich bin nicht perfekt, okay? Ich bin ein Teenager in einer Art School. Ich bin nur hier, um ein Fotografer zu werden. Um, sind wir nett? Ich bin nicht so großartig, wie ich dachte. Ja, du bist. Aber wir müssen nicht entscheiden, zwischen Talent und Kindheit. Ich hoffe. Es ist schwer zu glauben, aber ich mache immer die besten選ungen. Ich bin nicht so großartig, wie wir uns nicht so großartig sind. Ich bin nicht so großartig, wie wir uns sind. Ich bin nicht so großartig, wie wir uns sind. Vielleicht, aber... Wer sagt, wir müssen uns als Enem? Wer macht diese Entscheidung? Wer macht diese Entscheidung? Das wäre uns, Victoria. Na gut, Max Caulfield. Na gut, Max Caulfield. Ich könnte immer wählen, dich in die Vortex Club zu lassen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber nicht wegen der Grund, die du denkst. Oh, du wirst so ernst. Was machen wir? Ich würde sagen, wir warnen sie. Oh, habe ich sie gerade nicht gewarnt? Wie oft. Miet einen Scheiß, Max. Du bist nur stolz von mir, weil ich eigentlich die Dinge, die du nicht kannst. Ich setze meine Fotos raus, während du hinter deinem lachen Retro-Self. Zumindest erzähl mir, wo Nathan ist. Äh, warum willst du wissen? Principal Wells wollte uns sehen, Linda. Das ist kein Problem. Dann warum fragst du ihn? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Adios. Au revoir. Ich wollte das andere drücken. Oh, das müssen wir unbedingt zurückspulen. Ich spreche zu Victoria über Nathan. Ich meine, sie könnte schweig sein. Aber... Halt, da war es noch nicht. Ah doch. Verdammt. Müssen wir echt bis zu diesem Punkt zurückspulen? Das kommt mir sehr weit vor. Hm? Ja, das ist das ganze Gespräch. Gut, wir skippen es erstmal. Ich habe mich verflückt. Ich habe mich verflückt. Verdammt. Das ganze Gespräch nochmal machen. Ja, das war wirklich etwas sehr zu weit. Das kam mir auch schon direkt so vor. Gut. Ich weiß, was ich gedrückt habe. Nein. Ja. Ja. Hard to be... Okay. Maybe... Whoever... That would be... Well... I don't... Oh... Ich bin der Raubein. Ich glaube... Okay. Ich bin der Raubein. Ich bin der Raubein. Ich bin der Raubein. Ich bin der Raubein. Wir sind der Raubein. Wir sind der Raubein. Ich weiß, dass du nicht gibst mit Nathan, aber... er wirklich nichtíasst 끼hungsvoll ist. Er hat sie struschen. Er macht es nicht, dass wir einen Zuckern gabten, wo er, was erster geschenkt hat, Oh mein Gott. Und ich bin die Drama Queen? Touche. Aber ich bin nicht hier verletzend. Sorry, aber nein. Nein, nein. Nathan ist wie ein meiner besten Freunde. Ja, er nimmt sehr ernsthaft meds, aber das ist nicht seine Schuld. Seine Familie ihn wie ein totaler Freak, nur weil er kleine Meldungen hat. Sie sind nicht mehr so klein. Sie sind tot. Ich weiß nicht, ob ich mich oder nicht. Du musst mir glauben. Ich glaube nicht, was du sagen. Du bist voll von Schein. Oh, hallo, ich bin Max Carlfield, und ich bin so sensitiv, dass Butterflies mich schreien. Now, will you listen? Nein, ich will nicht. Du bist nur Piss, weil du nicht eine Fotos in den Kontext, und der Herr Jefferson wird mich wählen. Ein realer Artikel hätte es zu gewinnen, aber du willst einfach deine kleine Retro-Selvie. Das ist so fucking lame und lazy, Max. Just go find a community holiday. Vitorium. Please don't do this. Especially after what happened with Pate. Can't you see him serious? That's your problem, Max. This is a party, and it's the end of the world. So I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. I'll let Nathan know if he finally shows up. Adios. Au revoir. Okay, das war jetzt nicht unbedingt besser. Mhm. That son of... Okay. I tried. She's not gonna believe me over her Vortex Club partner. Mhm, Taylor's auch so. Max, look at you go, girl. Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting, like, too buggy and kind of scary. Victoria might know. How has Nathan been scary? I've always thought he was a creeper. Fun, but you can tell he doesn't give a shit about anybody. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max. I'm, like, far from home at a great school. I want to learn things, make friends, and party. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far. Kate was dosed at the last Vortex Club party by Nathan. So, you should avoid any drink here tonight. But trust me, I won't even drink my own water when they do this around now. He's a pharmacy simulator. I do have to go now. Look out for yourself, Taylor. And give my best to your mom. Oh, thanks, Max. She's doing great after her surgery. I'm glad to know you're looking out for us, too. Okay, then we're going to Chloe. That oxygen kit might come in handy if somebody binges. Oh, good. Chloe's here. She obviously didn't find Nathan. There you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the locker. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, uh... Hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, uh... I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He... He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the... Uh... The whole... Kate situation. Yeah. That makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but... I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Okay. Okay. Everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now, this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy. And everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh, my. What a shocker. Victoria Chase. Oh, thank God! You're here! You're here! You're here, Victoria! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now! Me too. Let's go check out the dormitories. Oh, Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Stop stomping around, Chloe! Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Jingle 20. Oh takk. Nah. Yeah, I'm not quite interested in what his behold has. Mhm. There's a place. Let's go to the tomb right now. Come on, come on! Nathan needs now to die. Oh, constern to die. Oh! Oh, für Gott sei Dank, Chloe, du musst dich kalt sein. Wir können sterben, okay? Rachel, ich werde deine Revenge bekommen. Ich versuche... Max, bitte, schnell! Oh Gott, Max, schau mal. Sie ist noch da. Nicht schau mal, Chloe. Oh, nein! Chloe! Look out! What the fuck? Chloe... Reflection made your eyes red. Said you have a secret. They reveal all the portraits. We dressed up as well as others. What the fuck? Mr. Jefferson war's? What? Was ein Cliffhanger. Also... Ach du Scheiße, wir können nicht mehr weisen. Naja, sie kann ja immerhin versuchen, noch zu einem Bild zurückzuspringen, was davon irgendwie entsteht. Also, wenn das nicht möglich ist, dann... Oh mein Gott. Das kam mega unerwartet. Schaut uns doch mal in die Kommentare, wie ihr das da findet. Also, was ihr denkt auch, wie es weitergeht. Krass. Also, damit hätte ich nur absolut jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Aber sowas von überhaupt nicht. Jetzt müsste ja auch noch gleich der... der Trailer fürs nächste kommen. Da bin ich auch gespannt, was man da noch so sehen kann. Mhm. Aber dann verabschieden wir uns für die Episode und sehen uns dann in Episode 5 wieder. Also dann, vielleicht bekommen wir auf der Gamescom noch ein paar Infos darüber. Mal schauen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Titta不會. Untertitelung des ZDF für funk, 2017